In die Knochenstampfe Dorf Chemnitz sind überwiegend 125 einzigartige Puppenunikate mit Weltruhm eingezogen. Museumsleiter Jürgen Zabel ist es wieder einmal gelungen, für die Weihnachtsausstellung im Technischen Museum etwas einzigartiges ins Erzgebirge zu holen. Die Puppenmodi Margot Nötzel kommt aus Göppingen und stellt seit nunmehr 35 Jahren eigene Puppen aus Biskuitporzellan her. Bei der Gestaltung legt sie große Aufmerksamkeit auf die Ausformung der Gesichtszüge. Jede ihrer Puppe soll ein unverkennbares Unikat sein und bleiben. Dazu trägt auch die Bekleidung bei. Auch hier entsteht alles von eigener Hand, ob gehegelt oder gestrickt, für jede Puppe gibt es die richtige Kleidung. Auch Märchenhaftes ist zu sehen. Neben Aladin, der auf seinem fliegenden Teppich Platz genommen hat, lässt sich Frau Holle bei der Arbeit am Fenster beobachten. Aschenputtel sitzt mit ihren fleißigen Helfern, den Tauben, vor der Burgkulisse. Und auch der Froschkönig ist mit der goldenen Kugel und der wunderschönen Prinzessin in Dorf Chemnitz über den Jahreswechsel hin zu Gast. Margot Nötzels Puppen wurden schon in vielen namhaften Orten vorgestellt. So in Dubai, in Paris oder den USA, wo sie auch von international anerkannten Puppenkünstlern Lob erfuhr. Wer die Ausstellung in der Knochenstampfedorf Chemnitz gerne einmal besuchen möchte, kann das ab sofort tun. Gezeigt wird diese Sonderausstellung noch bis zum 23. Januar 2018.